Er hat geschissen! That´s right! Wie ein Mensch! Du weißt ja, er geht in die Hotline und dann... Komm! Und dann... Was ist? Nein! Holy fucking shit! What? Du machst nur Scheiße! Nein, ruhig! Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge ARK! Hallöle! Ja, die Gary ist wieder zurück, die ist... Da! Hinter Duri! Hello Gary! Na, alles gut bei dir? Ja! Ja, natürlich alles gut! Ja, Datünchen ist wieder zurück! Alles klar, das solltet ihr sie nicht lernen! Sir Gary, komm mal mit! Ja! Ich zeige dir deine Geschenke! Sie hat es aber schon ein bisschen betrachtet so, deswegen halt... Also noch nicht genau, aber... Hier hinten... Und zwar... Der rechte... Und zwar heißt er Minato... Der gehört mir! Der heißt genauso wie in der Ragnarok-Staffel! Er musste einfach so heißen, ne? Auch wegen des Gelbes! Stand sogar in den Kommentaren! Und... Das ist deiner! Ui! Bist du zufrieden mit Level, oder? Ja! Glaub mir das... Das war... Die Zuschauer haben es auch alle gesehen! Leute, das war echt... Ein hartes Stück Arbeit, oder? Die ganze Zeit wie Internetausfall und so... Das ging nicht! So, und mit denen... Reißen wir jetzt hier ganz kurz... Oh! Hat er sich gesch... Ach, warte mal! Was kann der jetzt eigentlich? So! Okay! Links Klick! Wie immer! Der kann zweimal angreifen! Also einmal schnell und einmal so gedrückt halten oder so! Wer sich freut! Okay! Rechts Klick! Kennen wir natürlich alle! Dann haben wir C noch! Ach! Du hast gedacht! Alles klar! Und X vielleicht doch! Oder Q! STRG! Oh! Okay, Leute! Das war's! Aber... Oh, komm mal hier! Diese haben alle einen Buff! Aber warte mal, Gary! Ich will kurz mit dir hin! Weil... Ich muss die Gary ganz kurz was zeigen, Leute! Sie muss jetzt auch mal entscheiden! Und ihr jetzt auch, Leute! Ihr seid auch gefragt! Weil ich hab mir was überlegt! Ich hab mir überlegt! Also... Ich hatte ja schon gesagt! Entweder wir bauen uns hier oben drauf, ne? Ja! So! Und dann kommen wir mit! Oder... Wir bauen uns darüber an der Wasserfläche da drüben hin! Kriegen sie Fallschaden? Ja, kriegen sie! Und zwar dezent viel! So, Gary! Was würdest du sagen? Entweder hier geradeaus oder hinter uns die Base drauf! Ich find alle Stellen hier voll... Ja, aber was... Was sagt dir mehr zu? Also nicht zu nah am Wasserfall! Weil das hab ich letztens schon gehört! Ist der laut? Ab hier schon! Der ist zu laut! Der ist dezent zu laut! So! Und ich hab mir gedacht! Also entweder... Wie gesagt! Da ganz oben, wo wir drauf waren! Oder... Aber irgendwie ist er dann... Ist zu klein, wenn wir hier unsere Base verfrachten, oder? Weil ich hätte die dann hier hingepackt! Äh... Ja, aber... Guck mal! Da oben drauf! Mit dem Wasser... Wo denn? Da oben! Stimmt! Das kleine Stück da! King und Queen sind da oben! Warte mal Leute! Ich muss kurz mal was machen! Ah! Gary! Ich hab's hinbekommen! Nein! Also! Wenn man das einmal mit der Pistole aufhebt! Dann muss das einmal kaputt hinbauen! Dann ganz normal aufheben! Und dann geht es, Gary! Okay! Passt auf! Wir müssen jetzt ungefähr circa... Ich weiß es halt nicht! Aber ich denk mal... Dahin! Bis... Hier hin! Kurz mal gucken, wie es ausschaut! Kommst du kurz mit? Die... Und äh... Major! Könnt ihr da bleiben? Okay! Es geht sehr schnell nach oben, aber... Oh mein Gott! Ich laufe gerade im... Im... Ich laufe auch gerade in nichts! Alter! Wie geil! Wie schnell wir hochlaufen können! Okay! Ähm... Warte! Wir haben doch unser... Sie ist rauf gekommen! Alles klar! Fliegen! Fliegen! Sorry! Okay! Ähm... Wie sieht's hier aus? Oh hier ist sogar ein schwebendes Stein! Ein Stein! Zwei sogar! Zwei Stück sogar! Okay! Der bewegt sich! Ähm... Hier könnte man jetzt ja... Also wenn man's wirklich machen könnte... Hier oben könnte man dann die Base drauf! Oder halt wirklich da unten! Aber... Man könnte es ja hier hin verfrachten, ne? Und da hinten, da oben... Da könnte man ja von hier oben aus... Ne Brücke rüber bauen! Ich glaub, das müsste eigentlich funktionieren! Von hier... Das sieht hier so hammer aus, ne? Ah ne, warte mal! Das ist von dort bis dort! Also es könnte vielleicht funktionieren! Und da hinten könnten dann die Drachen oder so drauf! Ich weiß es halt nicht! Also ich wär auch für dort oben! Für hier oben? Ja! Okay, Leute! Was sagt ihr? Ihr könnt auch mitentscheiden! Schreibt mal unten in den Kommentaren rein! Würdet ihr es auch dort benutzen oder würdet ihr es hier vorne am Teich einfach hinbauen? Ich weiß es halt nicht! Aber es könnte hier laut werden! Ach, es könnte auch schön werden! Ich weiß halt nicht! Man hat so viele Möglichkeiten, ne? Okay! Wir müssen jetzt ab zum Wüstenbillon, Gary, ne? Ja! Genau! Da haben wir jetzt was vor, Leute! Und wir zeigen euch auch gleich was! Ihhh! Was mach ich denn? Sehst du den Effekt? Was denn? Guck mal bei mir! Stimmt! Ich seh es! Ach Leute! Wir haben den noch gar nicht ausprobiert! Warte mal! Stimmt! Machen wir einen elektrischen Schaden oder so auf ihn? Guck mal! Der kriegt durchgehend 10 ab! Alter! Wir spielen mit dem Pingpong! Warte mal Gary! No! Gary! Er ist selbst eine Tesla-Maschine! Da steht Tesla! Ein Tesla? Was ist Tesla? Ich weiß es nicht! Es ist eine Tesla-Schildkröte! Gary, sie hat noch übelst viel Energie! Oh, pass auf den Dino! Ja, ja, ja! Wir müssen, äh, abhauen, abhauen! Äh, das dauert ne Ewigkeit bis... Ich kann nicht rauf! Ich kann nicht drauf! Ernsthaft! Ich glaub, da ist das... Minato, komm mal mit! Minato, bitte! He is blocking! Äh... Ja, er hat Bütze um sich! Ruff ihn, Ruff ihn, Ruff ihn! Ich versuch schon! Ich versuch schon! Das ist eine Tesla-Schildkröte! Die ist übelst stark! Lauf! Okay! Minato! Schnell, 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 rauf, 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 rauf! Ja, 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 ich bin... Ich bin... Okay! Das war knapp! Ich kann nicht schneller! Ich bin so langsam wie die Schildkröte! Hä? Ich... Warte mal! Doch, jetzt kann ich wieder! Komm mit, Gary! Okay! Also, wir haben schon mal herausgefunden, äh... Tesla-Schildkröten sind stark! Also, nicht so stark, aber... Sie haben geile Effekte! Gary, sie will dich! Ja, ich guck gerade, was sie macht, aber... Sie will dich einfach nur! Ach! Pass auf, das ist irgendwas kleines Grünes gewesen! Easy! Oh, warte mal! Warte, warte! Jebby! Jebby! Leute! Oh, ich hab den grünen! Gary, wir müssen ihn haben! Warte mal! Ähm, wie... Taming ist bei dem Null gerade! Hä? Warte! Hast du Mayo-Barrows mit dir? Ich hab zwei Stück! Warte mal! Ist du das kleiner? Ich hab... Ich kann ihn petten! 4,4... Äh, 4,1 Gary! Leute, wir müssen ihn wiederhaben! Das ist der, den mein Bruder auf dem Gewissen hat! Aber er kriegt, äh... Null Level dazu! Plus 100 Taming-Effekt aber! Aber scheißegal! Scheißegal! Wir müssen ihn haben! Leute, wir haben noch Jebby wieder! Nice! Und wieder petten! Das ist den, wo ich das wunderschöne Bild auf Instagram gepostet hab! Ja, ja! Ey, ich hab auch ein Bild von dem gepostet! Ja! Echt? Wusste ich gar nicht! Ja! Okay, schaut am besten vorbei! So, ich bin wieder da! Willkommen zurück! Pass auf! Ich hab was mitgebracht! Okay! Und zwar das hier! Leute, wir können den aus der Hand füttern! Pass mal auf! Na, okay! Gary! Ja? Nicht mehr füttern! Nicht mehr füttern! Ich hab ihn nur gestreichelt! Wait! Wait until it's... Hier! Zack! Ich wusste es doch! Ich wusste das! Guck, 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 guck! Kleiner, 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 kleiner! Du kannst ihn ruhig auf die Schulter nehmen! Wenn du willst! Wenn du willst! Okay! Ja, ich hab doch hier, Leute! Ach, du bist Migi-Maus! Ich hab doch, genau! Ich muss kurz ranzoomen! Ich hab... Unser Dino mit, der einen Orden verdient hat! Und zwar Migi! Der braucht seinen eigenen Stall, Leute! Weil das ist was ganz Besonderes! Wir müssen am besten diese kleinen, krassen Viecher, auch dein Jebbi jetzt... Ja! Weil die Gary will auch noch so einen Migi haben! Ähm! Dafür werden wir einen extra kleinen, süßen Stall bauen! Auf jeden Fall! Das muss sein! Auch ein bisschen Wasser und so! Die brauchen halt alles, was da ist! Oh, guck mal, Wacko! Aber ist gerade nicht online! Aber, was ich mir noch überlegt habe, Leute! Ich weiß nicht, ob ich das mal so machen soll! Falls mal jemand aufnimmt und er sieht jemanden, dass er ihn auch angreifen darf! So, wisst ihr so, was ich meine? Dass nicht so immer so, ach, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern halt so mal so... Ne? Aber da muss ich als erst die anderen erst mal fragen, weil die haben natürlich die Wicked-Viecher und wenn sie damit angreifen, dann ist es natürlich zu unfair, ne? Ja! Das soll ja schon Gleichstand sein, ansonsten wäre es halt zu krass! Aber, Leute, entscheidet das bei unten in den Kommentaren! Hättet ihr immer Bock drauf, so, dass wir die mal halt so, äh, angreifen, so? Und dass die auch mit einverstanden wären, so? Schreibt mal am besten unten in den Kommentaren! Wir müssen ganz kurz in die Wifi-Höhle rein! Ja! Wir müssen rein, denn wir haben da was ganz Spezielles vor! Aber, wir müssen jetzt erst mal suchen! Was qualmt da hinten? Ah ne, ist schon weg! Okay! Wir müssen es jetzt erst mal suchen! Gary, halt die Augen auf! Ja! Hier könnte es jetzt sehr gefährlich sein! Ja! Da oben ist... Warte mal! Ah, warte mal! Okay, klau mal ein Ei! Und dann... Was ist das für eins? Ein Lightning! Level 240 hat das! Aber du weißt, was passiert! Ja! Warte mal, könnten wir die nicht... Ne, warte! Ich will es nicht klauen, Gary! Ich will es jetzt noch nicht klauen, weißt du? Welche Farbe hatte das Ei? Rot, ne? Blau, blau, blau! Da hinten hätte ich mal rote gesehen! Rote? Dann sind da Feuer! Ja, aber es waren keine Feuer! Nee! Die waren orange-rot so! Orange-rot? Ja! Okay, warte mal! Dann müssen wir kurz mal da hin! Hier... Okay, ich sehe da einen Drachen! Pass auf! Das sind Poisen, ne? Du weißt, was die machen! Die klatschen uns von den Dinos runter! Der Drache da, der da unten auf dem Boden rumlungert! Das ist auch kein normaler! Da hinten ist er! Leute, da! Den wollen wir haben! Ein Batam! Ein Batam? Irgendwas mit Batam, ja! Pass auf! Der war da drüben! Aber pass auf! Da ist auch noch ein Prestige! Ja, sehe ich gerade! Der ist unten! Hä? Da oben ist er! Da! Batman! Batman! Batam! Ein Bloodwing ist... Aber Level 48 hat der nur, Gary! Ich weiß, irgendwie würde ich den schon gehört haben! Aber da, wo die können rumfliegen, ne? Ja! Lauf doch, Dino! Was machst du? Töte es! Töte es! Ich helfe dir mit! Ich helfe dir mit! Ist egal! Ist egal! Ansonsten schnell auf neutral! Los! Komm, lass dich aber nur nicht treffen! Los, komm! Easy! Easy, komm, Gary! Nice! Oh, da kommt noch einer! Noch einer! Lass dich nicht treffen! Ah! Okay! Er hat mich gehadet! Warte mal! Ich kann dich auch buffen! Ich... Oh, shit! Ich glaube, der ist ein Ticken stärker, oder? Okay, den könnten wir noch schaffen! Den könnten wir locker schaffen! Easy, locker! Der Jaboa hilft mit! Oh, Miggy hilft auch mit! Der ganze Rauch stammt von ihm! Haha! Okay! Ja, er ist gleich tot! Und? Nice! Okay, sehr gefährlich! Oh, wie viel ist der Kleine auf der Schulter? Klingt doch... Okay, Gary, pass auf! Oh Gott! Drei Stück sind dort! Ich hab übelst Level bekommen, ey! Feuer hat uns! Oh Gott! Oh Gott! Und der Kleine ist hier! Pass auf! Ich bring den Kleinen weg! Ich bring den Kleinen weg! Oh mein Gott! Ich muss auch weg! Oh Gott! Okay! Auf jeden Fall! Gary, geh du links lang, ich geh rechts lang! Ich geh home sweet home! Sonst ist mein Dino gleich tot! Achso! Pass auf! Warte! Dann kümmere ich mich um den Kleinen! Ich versuche ihn irgendwie herzulocken! Ja! Nein! Nicht zu mir! Nicht zu mir! Nein, nein! Bist du sicher, dass die so stark sind? Also ich hätte nur noch Half-Life, ne? Okay! Ich klatsche den Feuerwifern! Ich klatsche ihn! Ich habe auch echt wenig Leben! Okay! Meiner hat genug Leben! Aber der Kleine ist bei mir, Gary! Ich brauche deine Hilfe! Komm! Töte es! Töte es! Töte es! Töte es! Oh Gott! Der Kleine ist auch fast tot! Ach Mist! Come on! Gary, ich brauche dich hier! Ja! Ich kann zurückkommen, aber ich weiß nicht, ob ich die Loser habe! Ach du schaffst das! Okay, ich habe einen getötet! Ich bring den Kleinen vorne raus! Okay, Problem ist, wir müssen gucken, wie wir den jetzt da umkriegen! Ich glaube, ich gucke mal ganz kurz, wie viel Energie der hat! Äh... Loser! Ich habe schon viele Level bekommen! Was hast du bekommen? Richtig viele Level! Oh, warte mal! Habe ich auch bekommen? Ich kann gerade nicht i drücken, Leute! Achso, warte mal! Ich bin Level 91! 8 Level habe ich bekommen! Ich bin Level 91! Ach du Scheiße! Okay, die Wi-Fi-Höhle ist krass! Oh Leute, ich will den Batman haben! Ich spaw mich zu dir! Gary, der ist fast down! Ich spaw mich zu dir! Ja, ja, ja! Das ist gut! Aber nicht auf neutral oder so stellen! Gary, der ist fast down! Wirklich! Wir müssen ihn jetzt kriegen! Ähm... Gary, ich schicke Migi drauf, oder? Aber Migi tötet ihn doch, oder? Ich weiß es nicht! Das ist halt die Frage! Aber ansonsten können wir ihn nicht ziehen! Pass auf! Ich gehe runter! Ah, fuck! Ich verbrenne! Oh, ich sterbe! Gary, ich muss ab... Ah, ich sterbe! Gary, Migi! Ähm, mach mal... Ach, Scheiße! Äh... Äh... Ich komm schnell zu dir, okay? Ah, ich lebe noch! Okay, äh... Lass das, lass das, lass das! Minato! Oh, ich brenne schon wieder! Das überlebst du, oder? Ja, das über... Das überlebe ich jetzt aber nicht! Der kommt wild zu mir! Nee, 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 nee! Okay, warte mal! Ich bekomme es hin! Pass auf! Nicht anspucken! Pass auf, pass auf, pass auf! Nice! Ich hoffe erst auf mich! So, du kleines Arschloch, du! Migi! Rauf da! Migi regelt, Leute! Migi regelt! Pass auf! Wir lassen Migi kurz machen! Äh, Migi, warst du das? Oder hat er sich jetzt selbst attackiert? Come, ich bin fast tot! Du brennst doch auch! Brenne ich echt? Du hast eben bei mir gebrannt! Oh Gott! Ja, warum geht der auf mich? Yes! Oh, passiv, passiv, passiv! Passiv! Alter, Leute! Wir haben einen kleinen Waifan! Oh, aber er hat nur Level 48! Egal! Aber es ist geil! Hast du jetzt eigentlich... Oh Gott! Ob ich Fleisch habe? Natürlich! Ähm, Raw Mutton, Raw Mutton! Hier! Äh, warte mal! Er isst es! Ich habe gerade gedacht, er braucht doch Waifan-Milch! Aber braucht er gar nicht! Nice! Oh, geil! Und Leute, wie gesagt, er hat wieder Null Food! Das ist halt das Geilste überhaupt! Er braucht noch ein normales Fleisch! Äh, Major, du hast doch genug, oder? Ja, komm, Major hat genug! Ja, hab ein bisschen was gefahren! Ich habe die Hälfte rausgepackt, okay? Ja! Oh, ich will ihn sehen! Ich will ihn sehen! Ich will ihn sehen! Okay, er steht gleich auf! Er steht gleich auf! 71,7! Und diesmal crasht das Internet nicht, Leute! Es crasht nicht! Ich bin dabei! Da darf es nicht crashen! Ne, ne, ne! Okay, jetzt bin ich mal gespannt! Ey, siehst du das rote, was er über sich hat? Ja! Übelst nice! Okay, Leute, wir haben Batman! Den können wir eigentlich so nennen, oder? Bei Ben Tam kann ich... Oder wir nennen ihn... Bam! 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 Leute, das ist Julian! Bam ist das! Nice! Woah! Okay! Er ist fertig, Leute! Alter! Nice! Und du kannst sofort auf ihn reiten! Oh Gott, ist er schnell! Geh mal drauf! Er ist schnell? Hm... Okay, Leute, ähm, ich muss da ganz kurz was schauen, weil ich glaube, der kriegt einen speziellen Namen! So, Leute! Und zwar, wir können ihn nicht Bam nennen, weil es eine sie ist! Und zwar wollte er ein Mod von mir, soviel ich weiß, ich hab's ja aufgeschrieben, aber ich hab's so richtig hässlich geschrieben! Ähm, Shiva! Das ist Shiva! Das ist Shiva! Shiva, du musst mir sagen, wolltest du ein Wifan sein? Das war doch einmal in deinem Livestream, du hast es erwähnt! So! Das ist Shiva! Ich hoffe, du machst einen guten Job! So, mal gucken! Als Mod natürlich ne... Leute! Das ist normal gehen! Das hier ist rennen! Und das ist fliegen! Ja, geht eigentlich! Oh ja, der ist cool! Und er ist so richtig süß! Mal sehen! Hi! Kann ich dich verbrennen? Ja, du bleibst unser Minus auch! Ah, nee, Major! Warte mal, was kann... Okay, C kann dann natürlich das! Auf X, okay! Er kann eigentlich das, was ein Wifan kann! Ja, was machen wir jetzt mit dir, Kleiner? Den müssen wir ja dann auch wieder in der nächsten Folge... Wollen wir ihn einfach mitnehmen? Komm, wir nehmen ihn mit! Äh, okay! Es passiert schon nichts, Gary! Jetzt musst du mich aber zum Links hinführen! Müssen wir da links da an diesen Pfad hin? Ähm, ja! Okay! Also hier einfach geradeaus! Wifan mitkommen! Aber nicht zu schnell, okay? Leute, habt ihr das gerade gehört? Das war die Gary! Hier ist ein Echo! Hallo? Echo! 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 Das ist so geil! Ähm, wir können da drüben leider nicht vorbei, deswegen... Muss ich kurz... Weil da ist ein Giger! Man sieht ihn jetzt von hier aus nicht! Voll Migi! Wir müssen kurz da hoch! Also ich flieg mit denen da hoch! Und Gary teleportiert sich dann zu mir hin! Und dann... Ja, geht's weiter! Migi, komm her! Ah! Was ist? Nein! Holy fucking shit! What?! Du machst nur Scheiße! Dann muss ich nicht unterwegs sein! Nein! Psst! Ruhig! Oh Gott! Konzentration! Konzentration! Oh! Da war ein fliegender Thila Coleo! Ein was? Ich... 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 Ich hab keine Ahnung! Alter! Gary, ich glaub wir müssen mal haben! Eine fliegende Thila... Fliegende Thila Coleo! Kam oben aus der Luft auf mich herabgeflogen! Alles klar! Okay warte mal! Ich guck kurz was es ist! Jetzt hab ich Angst vor der! Ne Reckless! Okay, die kann man nicht so zähmen! Die kann man nicht so zähmen? Ne, da brauchen wir irgendwie... nicht sagen. Okay. Alter. So, Freunde. Die Gary hat etwas ganz Besonderes gefunden. Ich glaube, das hatten wir auch einmal gesehen. Und zwar den hier. Ah, warte. Ich gehe als erstes ran, okay? Versuch's mit Raw Mutton Bait. Also diese Dinger da. Warte. Wird das ja okay? Ich weiß halt nicht, ne? Raw Mutton? Ja, zum Schießen da, oder? Glaubst du, der isst Fleisch? Glaubst du, ich soll nicht als erstes hinten an ihn rangehen? Denn nachher schlägt er dich. Oh, der kommt mir zu nah. Warte, warte. Ich gehe mal... Oder der magst du bitte Liebeskeule geschlagen zu werden? Oh Gott, warte mal. Warte, warte, warte. Also, wenn es... Ich gehe mal hinten ran. Put Taming Food in... Okay, warte mal. Gary, man kann ihn wirklich zähmen. Warte. Ich schaue mal kurz Major Berries. Wo ist er? Oh Gott, pass auf. Der geht da näher zu unseren Dinos hin? Okay, ne? Alles gut. So, ich drücke hier mal kurz was rein, ja? So, warte kurz. Na, kleiner... 2,5. Man kann ihn passiv zähmen. Okay, denk dran, ne? Wenn er dich sieht... Warte mal. Immersive Taming könnte man das ausprobieren. Die Bären-Dinger, genau. Alter, sieht der geil aus. Krass, Leute. Wirklich, der hat eine fette Keule in der Hand. Tschüss. Und sieht auch noch aus wie der Neue. Ich weiß nur nicht, wen ich mitnehme. Like a boss. Du hast Migi und so vergessen. Migi und mein Wai-Fan. Kannst du kurz diese Bären-Dinger machen? Hab ich vor. Okay, nice, nice, nice. Oh, er hat geschissen. Wie ein Mensch. So, weißt du, er geht in die Hocke und dann... Oh, komm! Und dann... Oh, doi. Okay, Gary, du musst dich beeilen, ansonsten... Nicht runtergehen, Kleiner. Nicht runtergehen. Nein, nein. Kleiner. Aber wir müssen kurz ein Ticken weiter weg. Weil nicht, dass er... Okay, er ist es. Okay, mal sehen, mal sehen. Okay, er enjoyed es. Er enjoyed es. Er hat eine rote Energie an sich. Pass auf, geh weg. Die Energie ist rot. Okay, er mag uns doch nicht. Aber ich glaube, er kriegt mehr. So, warte, da vorne noch was hin? Kleiner, da drüben, da. Ich glaube, aber 20 reicht nicht. Dauert er immer kurz. Wie viel hat er denn jetzt? 9,5. Ja, ich kann zurückgehen. Ja, aber erst mal gucken, erst mal gucken. Ich logge ihn hier weiter her, okay? Ach, Leute. Schaut euch das mal an. Das hat sich die Gary eben gerade gezähmt. Ist die cool, ist die cool. Sieht aber echt aus wie ein Grashüpfer, ne? Also hat schon was vom Gesicht her. Aber das ist ihre wunderschöne Libelle. Gary, pass auf, er hat gegessen. Er hat blaue Energie. Okay. Hey, Bro. Alles, du hast diese Säcke auch mitgebracht, ne? Ja. Nice. Zwei Stück oder drei Stück habe ich den gebt. Okay, Kleiner, falls du von der Hand gegessen werden möchtest. Wir können ihn pennen. Oh. Oh, hat er gesagt. 33,3 hat er, Gary. Nice. Okay, hier, falls du essen möchtest, kannst du ihn nehmen, okay? Na, alles gut bei dir? Gary, wie ihr mich anguckt? Ich sehe es. Ey, Leute, der Neue gegen den Alten. Der Alte sah aus wie ein irgendwas Missgestaltenes im Gesicht, so. Keine Ahnung, sowas richtig komisches. Die sahen ja schon witzig aus. Die sahen echt schon witzig aus, wie Urmensch, ne? Äh, aber der hier, der sieht richtig aus wie ein Gorilla. Oh, hat sie doch geschmeckt, wa? Oh, warte mal, hier, Gary. Essen für dich, Essen, hier. Nimm's dir. Er reift sogar richtig zu. Oh, Kollege, du gefällst mir. Äh, es ist sogar ein Mail, dann können wir ihn ja wirklich Broly nennen. Das wird Broly, ja. Nice. Ich glaube, er will was von dir. Geh, 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 geh. Geh zu ihm. Gary, kannst du noch mehr machen? Ich glaube, der will, oh. Geh hin, geh, 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 geh. Geh hin, geh, geh, geh. Nee, er wollte gestreichelt werden. Ach. Ach, du Süßer. Ach, hat es dir wirklich so sehr gefallen? Ja? Ach, siehst du, er wollte was von dir. Okay, er möchte gefällert werden. Hast du ihn? Nee. Da stand gerade, er wollte gefällert werden, aber... Ach, er geht hier hin. Jetzt, jetzt. Okay, und gefällert werden, äh, und pettet. Okay, Gary, ich habe jetzt keinen Sack mehr. Hier, ich gebe dir einen Sack. Ja, ich weiß aber nicht, wer das gleich... Okay, ich schieße nochmal was hin, okay? Ich soll da hin. Ah, kehr vor. Oh, ei. Gary, ich glaube, er ist jetzt gleich gezähmt. Hat dir doch ein bisschen gekitzelt, ne? Ja, ja, ja. Was? Er hat geschissen, hat mir ein Geschenk gegeben? Hier. Er hat Wood gegeben. Wood, Affe süß. Er hat 100 Wood hat er uns ge... Er ist gezähmt. Geht geil. Yes. Oh, und wir können ihn reiten. Warte, er wird Broly heißen, Leute. Das steht fest. Alter. Wo willst du hin? Affe. Ist immer so, ist immer so. Alter, ist der geil. Du hast Wood uns ausgeschissen. Glaubst du, er gibt uns später auch nochmal Geschenke? Oh, das wäre doch cool. Das meinten die in den Kommentaren. Die in den Kommentaren meinten, ne? Ähm, oben links ist irgendetwas oder so und dann gibt er dir ein Present. Okay, nice. Ah, okay. Okay. So, mal sehen. Aber die Stärke prüfen wir natürlich erst in... Oder, warte mal. Morella Tops. Komm mal her. Gary, die Sicht ist voll weit hinten. Nimmst du den Drachen mit? Ja. So, pass mal auf. So, mal sehen. 4.480. Oha. Ach du, Leute. Er macht Feuer. Hast du das gerade gesehen? Komm mal, renn mal überpflanzen, damit er die einweilt. Er braucht ja eh nachgewöhnliches. Okay. Ähm, wir können auf jeden Fall... Also, wir... Ist der vielleicht betäubt? Nee, war doch keine Liebeskeule. Hätte ja echt sein können. Nee, aber wie geil ist das denn? Okay, ihn kann ich aber nicht abfarmen. Ist hier irgendwas... Hier, guck mal hier. Ein Lystro. Zack. Tot. Alter, wir haben jetzt... Wir haben jetzt ernsthaft... Broly? Das... Es passt ja, Leute. Wir könnten jetzt auch noch ein bisschen Millilie Damage hochskillen. Er hat 50.000 Energie. Ja, wir haben sogar Kaktus-Zap. Alter, ich hab wieder drei Level. Echt jetzt? Ich bin jetzt Level 95. Okay, Leute. Ich bin jetzt Level 96, glaube ich. Alter, wie krass ist das denn? Leute, das war ein voller Erfolg. Wir haben Broly einmal. Und wir haben unseren schnellen, übelst krassen Drachen. Shiva. Na, Leute. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch diese zwei Dinos gefallen haben. Wenn die zwei Viecher euch gefallen haben und die Folge natürlich, dann lasst auf jeden Fall einen Kommi und einen Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Das찮 überlegen. Bei dir. Wille. Wir werden materialien. Tam 20.